Die Hansestadt Küritz, auch Küritz an der Knatter genannt, ist eine Stadt im Landkreis Ost-Priegnitz-Rupin im Nordwesten von Brandenburg. Geografie Die Stadt liegt in der historischen Landschaft Priegnitz im Nordwesten Brandenburgs. Durch Küritz verläuft die naturräumliche Grenze zwischen Küritzer Platte im Westen und Dorsniederung im Osten, wo sich die nahe Küritzer Seenkette befindet. An den östlichsten Ortsteil Tät schließt sich die Wittstock-Rupiner Heide an. Benachbarte Städte, Ämter und Gemeinden sind Heiligengrabe im Norden, Wittstock-Dosse und das Amt Temnitz im Nordosten, Wusterhausen-Dosse im Osten, das Amt Neustadt im Süden sowie die Gemeinden Plattenburg im Südwesten und Gumtu im Westen. Küritz trägt im Volksmund den Beinamen an der Knatter. Das Geräusch der früher zahlreichen knatternden Wassermühlen an einem Nebennamen der Jeklitz war namensgebend. Heute ist dieser Nebenarm der Jeklitz verreut und von den fünf Wassermühlen existiert nur von einer noch das Gebäude. Stadtgliederung Zur Stadt Küritz gehören folgende Ortsteile sowie Wohnplätze und sonstige Siedlungsgebiete. Zur Kernstadt Küritz gehören folgende Wohnplätze. Blechernhahn, Feldsiedlung, Grünfelde, Heinrichsfelde, Karl Friedrichshof, Karnzow, Könsbau, Rüdao, Stolpe, Waldkolonie und Wolfswinkel. Ortsteile Bellet, Borg, Dreven, Gantiko, Holzhausen mit dem Wohnplatz Vollmeersdorf, Kürzlin, Lerlitschau, Micho, Reffeld mit den Wohnplätzen Klosterhof und Wilhelmsgrille. Tetz Gantz mit den Wohnplätzen Tetz und Gantz Geschichte 946 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung. 1237 erhält Küritz das Stendaler Stadtrecht. Die Stadt liegt in der Prignitz-Slavisch-Prägynika. Im 14. Jahrhundert wird die Stadt Mitglied der Hanse und liegt am Pilgerweg Berlin-Wilsnagd. Zu dieser Zeit wird auch die Pfarrkirche Sankt Marien und die Stadtmauer gebaut. Die Kirche und Reste der Stadtmauer gibt es heute noch. 1381 Überfall des Ritters Bassewitz 1411 wird der Ritter Bassewitz gefasst und enthauptet. Das Schwert mit dem er hingerichtet wurde ist heute im Rathaus ausgestellt. Siehe Bassewitz-Fest Küritz 1488 wird erstmals Küritzer Bier mit dem Namen Mord und Totschlag gebraut. Dieses Bier wird heute von der Klosterbrauer Ein Neuzell hergestellt. 1626 sterben mehr als 800 Küritzer an der Pest. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Fachwerkhäuser errichtet. Einige davon prägen noch heute den Stadtkern. 1806 zu 1814 Französische Besatzung Zum Gedenken an die Völkerschlacht bei Leipzig pflanzten die Küritzer 1814 auf dem Marktplatz Viereichen, von denen noch heute eine als Friedensseiche steht. Von 1817 bis 1952 war Küritz die Kreisstadt des Landkreises Osttriegnitz. 1866 Bau des heutigen Gymnasiums 1871 Gründung der Stärkefabrik 1879 wird das Rathaus erbaut. Das alte war abgebrannt. 1910 wird das Krankenhaus eingerichtet. 1925 Gründung der Badeanstalt Am 2. September 1945 verkündet Wilhelm Pieck die Bodenreform im Gasthof zum Priegnitzer. 1952 wird Küritz Kreisstadt des Kreises Küritz im Bezirk Potsdam bzw. im Bundesland Brandenburg. 1960 wird der Agrarflughafen Heinrichsfelde gegründet. 1970 werden erstmals die Küritzer Festtage mit Segelregatta und Bootskorso veranstaltet. Micho wurde am 1. Juli 1973 eingemeindet. Gantiko kam am 1. Mai 1974 hinzu. Durch die Kreisgebietsreform 1993 kommt Küritz zum Landkreis Osttriegnitz-Rupin mit der Kreisstadt Neuruppin. Am 31. Dezember 2002 werden die Gemeinden Borkleitschau, Holzhausen, Kötzlin, Refelt, Bellet und Tetzgans eingegliedert. Am 26. Oktober 2003 wird das Amt Küritz aufgelöst. Dreven wird in die Stadt Küritz eingegliedert. 2010 wird das bundesweite erste Denkmal den Opfern der Zwangskollektivierung im sogenannten sozialistischen Frühling in der DDR enthüllt. Am 30. August 2010 hat die Deutsche Telekom den ersten LTE-Sendemast Deutschlands in Küritz in Betrieb genommen. Politik Stadtverordnetenversammlung zur Kommunalwahl 2014 wurde die Sitzzahl von 27 auf 19 reduziert. Die Sitze der Stadtverordneten verteilen sich wie folgt auf die Parteien und Gruppierungen. Nora Görke wurde in der Bürgermeisterwahl am 7. November 2010 mit 55,7 Prozent der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Das Wappen wurde am 6. Juli 2005 genehmigt. Blasonierung In Silber eine rote Stadtmauer mit geschlossenem Tor und vier spitzbedachten, goldbeknauften Türmen mit offenen Fenstern belegt mit einem grünen Schild mit goldener Lilie. Städtepartnerschaften Städtepartnerschaften Werne, Deutschland, Swalow, Schweden, Wald CZ Polen, Küritz ist Mitglied in der Neuen Hanse. Kultur und Sehenswürdigkeiten Hauptartikel Sehenswürdigkeiten Stadtpfarrkirche Sankt Marienursprung im 12. Jahrhundert Gottische Hallenkirche um 1400 nach gotischer Wiederaufbau 1710 Historistische Umgestaltung im 19. Jahrhundert Die im Jahre 1873 erbaute Orgel stammt aus der Orgelbauwerkstatt von Adolf Reubke in Hausneindorf im Harz. Sie besitzt 40 Register, verteilt auf drei Manuale und Pedal. Die dispositionellen Veränderungen, die im Laufe der Jahre vorgenommen wurden, konnten 1995 während einer Generalreinigung und Teilrestaurierung wieder rückgängig gemacht werden. Die Orgel ist die einzige in ihrer Größe noch erhaltene Reubke Orgel und gleichzeitig die größte romantische Orgel des 19. Jahrhunderts im Land Brandenburg. Kirche mit Staffelgiebel im Ortsteil Bellet, Dossespeicher Küritz, eine zur Bewässerung gebaute Talsperre, Stadtmauer. Sie wurde im 13. 14. Jahrhundert gebaut. Mitte des 18. Jahrhunderts begann man die ehemals elf Meter hohe Mauer zu schleifen. Im Osten und Süden wird sie später wieder aufgebaut, allerdings etwas niedriger. Mit Hilfe des Bauwerks konnte 1381 ein Angriff des Raubritters Kurt von Bassewitz erfolgreich abgewehrt werden. Franziskaner Kloster Küritz Brunnen Bassewitz sage auf dem Marktplatz, gegenüber dem Ufer der Waldkolonie am Untersee liegt die Untersee-Insel. Denkmale Schulze Kersten Denkmal auf dem Kirchplatz, Ehrenmal von 1955 für die Opfer des Faschismus im Rosenpark an der Bahnhofstraße. Denkmal mit einer Brosse-Tafel Den Opfern der Zwangskollektivierung im sogenannten sozialistischen Frühling 1960 in der DDR an einem zwei Meter hohen Fündling. Es wurde im April 2010 durch Vertreter des Deutschen Bauernbundes in Anwesenheit des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Wolfgang Böhmer Enthüllt Gedenkstein Seesteig am Brückenbrink am Untersee Bilder Friedenszeiche in Küritz Fachwerkhaus in der Bachstraße 44 Kirche im Ortsteil Bellet Bürgerhaus in der Bachstraße 36 Schulze Kersten Denkmal auf dem Kirchplatz Gedenkstein Seesteig am Brückenbrink am Untersee Nichts auf dem Marktplatz Bahnhofsstraße in Küritz Wirtschaft und Infrastruktur Die Stadt Küritz, das Amt Neustadt, die Gemeinde Wusterhausen, Dosse und die Gemeinde Gumtu haben sich in einem Kooperationsvertrag zum Kleeblattverbund zusammengeschlossen. Ansässige Unternehmen Das KMG Klinikum Küritz ist einer der größten Arbeitgeber im Land Brandenburg. Ein traditionsreiches Unternehmen ist die Stärkefabrik, die 1873 errichtet wurde und heute zur Emsland Group gehört. Im Juni 2009 hat die polnische AG BIOETONSA gemeinsam mit Gesellschaftern der in Insolvenz befindlichen BDK Biodiesel GmbH die neue Gesellschaft BEK BIOETON Küritz GmbH gegründet. Autoverkehr Küritz liegt an der Bundesstraße 5 und die Bundesstraße 103 endet von Norden kommt hier. Eisenbahn Küritz besitzt seit 1887 einen Bahnhof an der Bahnstrecke Neustadt-Mainburg, der im Personenverkehr durch die Eisenbahngesellschaft Potsdam bedient wird. Bevor Küritz einen eigenen Bahnhof bekam, diente seit 1846 der Bahnhof Zernitz an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg zur Anbindung der Stadt. Im Aufbau ist im Projekt HUB 53 Zwölftel eines Graz ein Logistikzentrum für den Eisenbahngüterverkehr als kommunale Initiative der Städte Güstrow, Pritzwock und Neuruppin sowie des Kleeblattverbunds mit Gumtow, Küritz, Neustadt und Wusterhausen, Dosse. Eine erste Maßnahme ist der Kauf der Schienenstrecke Neuruppin-Neustadt, Schulen Karl-Dierke-Schule-Oberschule Küritz, Goethe-Grundschule Küritz, Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn-Küritz, Linden-Schule-Küritz-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lern-Trivia. Küritz an der Knatter ist Heimatort der fiktiven Detektiv- und Comicfigur Nick Knatterton, eigentlich Nikolaus Freiherr von Knatter. In Küritz spielt ein Teil der Handlung des Lustspiels Pension Schöller von Wilhelm Jakobi und Karl Laufs. Bekannt ist Küritz auch durch Karnevalschlager. Heute ist Karneval in Knieritz an der Knatter von Ernst Hilbig, dessen Name an Küritz angelehnt ist. Persönlichkeiten In Küritz geboren wurden, Hans Christoph Graf von Königsmarkt, deutscher Herrführer in schwedischen Diensten, Julius Behrens, Berliner demokratischer Politiker und politischer Publizist, Karl Dierke, Kartograf und Herausgeber des Jirke Schulatlas, Lothar Persius, Marineoffizier und Autor, Justus Hermann Wetzel, Komponist, Pazifist, Schriftsteller und Pädagoge, Hans Michael Mertens, Landtagsabgeordneter, Jürgen Botz, Statistiker und Psychologe, Katharina Gericke, Dramatik M., René Rentsch, Rudersportler, Björn Brunnemann, Fußballspieler, Christine Bayer, Handballspielerin, Christian Hefenbrock, Speedwayfahrer.